Krieg, Leute, der Krieg, der Krieg, der ist ausgebrochen, Hilfe! Keine Panik, zum Glück ist der Prophet hier und er erledigt alles. So, über die Umgebung von irgendwelchen Typen, die er nicht mag und fertig. Passt. Warum immer töten? Ohne... Warte, sind Leute los. Nur Scheiße spielen wir zusammen heute. Gott, war der schlecht. Ich habe irgendwie ein zu unruhiges Händchen. Ich zitter dauernd. Alter, da hätte... Was ist das? Halt deine Mutter! Ich werde deine Mutter töten. Ich werde sie bumsen. Halt deine Mutter! Gott, war der schlecht. Hallo. Hi, coming! Hallo! Ach, da war einer. Ich habe ihn gesehen. Und der hat mich verschossen. Fuck. Irgendwie bin ich heute Abend scheiße drauf. Aber hey, komm, passiert... Ich habe ja zum Anfang gesagt, dass ich Scheiße spiele. Ich kann's einfach nicht, okay? Und trotzdem versuche ich's. Nehmt mir das nicht übel. Ich versuche doch nur ein Lächeln auf eure Backen zu zaubern. So, mit der schönen Kraft von COD und der Fantasie. Und dann passiert sowas und ja. Lalalalalala. Ganz schlecht, was ich gerade mache. Ich musste mich am Auge kratzen und nimm die rechte Hand von der Maus! Was ist denn bei mir los? Ich raste aus! Na, ich wollte messern. Aber nee, der Arsch wollte ja nicht stehen bleiben. Also... Hat der Sack mich erschossen. Na! Glück gehabt, du Sau. Mission gescheitert. Das muss nächstes Mal besser laufen. Ja, deine Wunder läuft besser. Ah, immerhin waren wir nicht der Schlechteste. Yay! Schnellziehen! Brauch ich nicht. So, Class Editor. Ich nehm mal das, wie sie raus sind. Nehm mal ein anderes, wenn ich eins hab. Das da zum Beispiel. Vielleicht bin ich damit ein bisschen besser unterwegs. Halt, ich will noch was gucken. Hier, Messer personalisieren. Oh, schade. Ich glaub, dafür muss ich mehr Messerkills machen. Oh ja, Career. Oder nee, ich bin doch für die geheime Karte. Vielleicht kommt der Nuketown. Da geht's immer so schön ab. Kann man sich so schön aufregen bei dem Aggressionstraining hier. Black Ops cutten. Und den... Keine Ahnung, wer der ist. Die Black Mamba. Ich hab eben Obama gelesen. Black Obama hab ich grad gelesen. Oh, Alter, das darf man nicht sagen. Entschuldigung. Okay, wir spielen am Carrier. Team Deathmatch. Deathmatch. Carrier. Ort geheim. Ja, irgendwo im Wasser. Ach, ja. Deathmatch. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Da ist der erste gerannt. Da ist der zweite gerannt. Oh, schade. War da einer? Ich hab ihn nicht gesehen. Ah, da war einer. Ja. Ich werd euch so kastrieren. Ich werd euch so durchbumsen. Bis euch die scheiß Rosette blutet. Ja, scheiß auf die Drohne. Hä, lol. Gespawnt, direkt gekillt. Schöner Kill. Scheiße. Oh, der ist jetzt hinten. Was? Da war einer. Ich hab ihn gesehen. Äh, attackiert ihn. Nein. Der Obama. Heldenassister haben wir wenigstens bekommen. Yay. Da läuft wieder einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh, da war einer. Wo lang? Laufen wir halt im Kreis. Da wieder raus. Da ist einer. Oh, nee. Das sind meine Freunde. Brauch ich nicht. Ich ging die ganze Nation. Wer gewinnt die Nation? Ha. Witz. Oh, Gott. Füß hoch, der kommt flach. Ah, der ist schon tot. Hey. Hey. Hallo. Da kommt doch einer, oder? Nee. Ja. Nee. Gut. Da ist einer. Nein. Lalalalalala. Da ist einer. Nein. Hallo. Der Prophet ist da. Ich seh keinen. Läuft doch ganz gut, ne? Bis jetzt. Noch sind wir nicht krepiert. Oh, hier unten geht's auch lang. Nein. Alter, hab ich jetzt einen Schreck gekriegt. Scheiße. Sackgesicht, ey. Sackgesicht, ey. So ein Drecksack. Alter, dem werde ich den Hodensack abziehen. Und dem erst recht. Mir in den Rücken zu schießen. Was ne Frechheit. Scharfschützen. Wo denn? Ich seh ihn nicht. Ah, da. Okay. Okay. Korrekt. Oh, Mann. Was ist denn los heute? Los, scheiße. Ich dachte gerade, da hat sich jemand selbst umgebracht. Ha. Na, hol's er. Da ist er. Scheiße. Ah, deine Mutter nähert sich. Uah, ei, ei, ei. Irgendwas ist da gerade geflogen. Aber ich hab überlebt. Ich bin Prophet. Ja. 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 Hey, hey, hey. Okay, da drinnen sind sie. Nein, der scheiß Scharfschütze. Quickscope, der Drecksack. Der gehört geledert. Geledert, Freundchen. Hä, lebt der? Nein. Weil der lag so in Angriffspositionen da. Was ist geworfen? Team Police Camp. Ha. Ha, schon wieder im Örson. Ich bin genau an der gleichen Stelle. Cheating. Äh, Bro Gaming. Nein, 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 nein. Ja. Ich glaube, der hat dick, wird verkackt. Ich weiß nicht, wie viele Leute der mitgenommen hat. Komm, ich hab dich gesehen. Wo bist du? Wo ist der? Ah, schade. Hat leider nicht mehr so gereicht, wie ich wollte. Komm, das Match mach ich noch zu Ende. Ja. Ich hab dich nicht mehr so gereicht. Krämpfe. Was? Wasch? Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Die ist schon kaputt. Ich höre einen Hubschrauber. Ja, sick, sick. Au, sick. Ich habe irgendwas gehört. Niederlage. Das darf ich mir nicht bieten lassen. So ein Dreck. Alter, ich muss aufhören so zu reden. Das geht nicht. So darf man eigentlich nicht reden. Na, der Obama schon wieder. Ich glaube es nicht. Ich habe ihn da runterhüpfen sehen. Ich habe den Sack da runterhüpfen sehen. Hey. Blutie. Oh, da liegt er. Nicht ohne mich. Hey. 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 Sick. Komm. Wo ist der Sieg? Noch einen Kill. Bitches. Ja. Ich habe den letzten Schuss gemacht. Bäm. Exil Parameter erfüllt. Bitches. Na ja. Geht. So. Gut. Ja. Noobs, halt die Fresse. So, ich mache noch ein Spiel. Aber das mache ich dann zwei Tage später. Also übermorgen wahrscheinlich wieder. Und dann mal sehen, wie ich mich weiterschlage. Gott. Irgendwie verlässt mich langsam in die Konzentration. So, gut. Bis demnächst. Hey ho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Profit LP. Also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube Channel gehen und dir weitere Videos angucken. Oder mir auf Twitter schreiben. Kritik und so eine ganze Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google Plus. Aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei. Ich freue mich über dein Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen. Wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn du dabei bist.